Ja, wir befinden uns meiner Meinung nach aktuell an einem Scheideweg. Ja, die Bärenrallye ist relativ weit fortgeschritten. Ich muss immer sagen, dass wir bei der Bärenrallye so ziemlich das äußerste Ausmaß gesehen haben. Vielleicht noch kleine Teile, noch 10, 20 Prozent prozentual von der gesamten Bärenrallye, dass wir vielleicht noch zulegen könnten, theoretisch bis 10.500 Punkte. Das sage ich ja schon seit zwei Wochen. Manche sagen 10.200, dann bin ich, also Leute, die sozusagen wie Trader-Macher, die sogar eine Short-Position eröffnet haben, mittel- und kurzfristig, die sagen, wenn das Ganze über 10.200 Punkte oben hinausläuft, dann bin ich sogar Short raus. Ist vielleicht auch intelligent. Ein paar hundert Punkte hin oder her, darum kommt es jetzt nicht drauf an. Für mittel- und langfristige Investments kommt es drauf an, zu erkennen, dass wir jetzt gerade am Scheideweg sind. Das heißt, entweder diese Bärenrallye, die wir jetzt doch relativ krass hingelegt haben, also Shell hat sich zum Beispiel um 30 Prozent erholt, ja seit dem Tief, obwohl die Ölpreise heute gesunken sind, hat sich Shell und Gazprom sogar noch mal 5 Prozent raufgegangen. Also es sagt auch was aus. Entweder diese Bärenrallye hat jetzt Substanz oder es ist sogenanntes Dead Cat Bounce, das heißt, es geht noch mal saftig bergab. Was natürlich auch passieren kann, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen dahin dümpeln, seitwärts, bis dass es einfach wieder neue Impulse gibt. Wie dem auch sei, das folgende Szenario, das Top-Szenario wäre, dass wir jetzt einfach, das ist sozusagen, das war es mit der Krise und wir gehen jetzt seitwärts oder dann langsam wieder nach oben und wir sehen irgendwann mal wieder neue Allzeiten hoch, sagen wir mal in 6 Monaten, 12 Monaten, 2 Jahren, 3 Jahren. Dann haben all diejenigen, die jetzt fleißig nachgekauft haben, top. Ich freue mich für euch, wirklich. Ich bin nicht neidisch, dass ich nicht zu 100 Prozent nachgekauft habe, wie ihr wisst. Ich habe mich sehr verhalten. Es hat verschiedene Gründe, ja. Und die ich auch schon in verschiedenen Videos eruiert habe. Ich bin lieber flexibler, flüssiger. Deswegen der hohe Cash-Anteil auf jeden Fall. Das zweite Szenario wäre, dass wir, dass es ein Deadcat-Bounce ist, dass wir nochmal tiefere Tiefs sehen werden im DAX, etc., pp., Nasdaq, S&P und so weiter. Und dann wird sich eben entscheiden und dann werden ganz viele, einige werden dann ihre Positionen, die werden die Nerven haben, ihre Positionen halten können, die sie jetzt sozusagen wieder neu eröffnet haben in dieser, in der Phase dieser Bern-Rallye. Aber einige werden es nicht aushalten und die werden dann wieder zum falschen Zeitpunkt verkaufen. Und meiner Meinung nach wird es da einige wieder da breseln, weil wir sind jetzt schon wieder auf 10.000 Punkte, 10.050 oder sowas aktuell. Und tiefere Tiefs würde bedeuten, dass wir unter 8.000 gehen, das heißt 40%, 50% nochmal von dem aktuellen Stand verlieren würden. Und viele werden dann hier wieder Nerven verlieren, aus unterschiedlichen Gründen, nicht nur, weil sie nervenschwach sind, sondern weil sie einfach Obligationen haben. Ja, also sie müssen diesen, das bezahlen, ihr Einkommen ist nicht sicher, was weiß ich, Kurzarbeit, etc., etc. Da wird es noch eine ganze Menge Leute erwischen. Und meiner Meinung nach ist entscheidend, was die Regierungen entscheiden, wie lange wir diesen Shutdown fortsetzen und in welchem Ausmaß. Ich denke auch, dass andere Länder, was die machen, dass es auch indirekt sehr stark auf uns Einfluss haben könnte. Hongkong zum Beispiel hat angefangen, den Shutdown zu lösen und dann haben sie gesehen, dass sich die Infektionsraten sofort wieder erhöhen. Da haben sie sofort wieder den Shutdown sofort wieder rückgängig gemacht. Auch das kann passieren, dass wir am 20. April wie vorgesehen unsere Shutdowns lösen und dann sehen ein, zwei Wochen, dass sofort die Infektionsraten wieder ansteigen und dann sofort den Shutdown wieder rückgängig machen. Also das heißt, die Shutdown-Auflösung, also den Lockdown wieder einführen. Ruckzuck. Und dann würden auch die Börsen wieder entsprechend darauf negativ reagieren und zwar schlagartig. Weil jeder Lockdown, jeder Tag Lockdown bedeutet Stillstand der Wirtschaft und zwar im großen Ausmaß und ganz viele Leute, die subventioniert werden müssen, ganz viele Leute, die über Wasser gehalten werden müssen, auch mit ganz obstrusen Gesetzen teilweise. Da gibt es eventuell Konfliktherde zwischen Vermieter und Mieter, zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer, soziale Spannungen in verschiedenen Ländern teilweise, hat jeder Zweite eine Waffe und so weiter. Aber bei uns wäre das auch ein Zeichen, dass wir das sozusagen, ja, mal genommen am 20. April öffnet wieder alles. Die Börsen gehen rauf auf 11.000, 11.500 und dann plötzlich heißt es, oh, Infektionsraten massiv wieder, steigen wieder massiv an. Wir schließen wieder alle Cafés und Restaurants. So wie in Hongkong. Und dann heißt es, dann ist der DAX mal wieder ganz schnell bei 8.000 Punkte innerhalb von 2-3 Tagen. Ruckzuck, 1.000 Punkte pro Tag, überhaupt kein Thema mehr. Und in diesen Phasen der absoluten Unsicherheit, wo man auch sagen kann, das ist eine andere Krise als wie die Finanzkrisen und verschiedenen Finanzblasen und so weiter, was wir vorher hatten, entsprechend unvorhersehbar und unvorherkalkulierbar. Es ist mir persönlich wichtiger, dass ich einfach mehr Cash habe als Investments. Da gibt es natürlich die nächste Theorie, dass unser Cash dann langsam entwertet wird wegen Hyperinflation, aber ich denke, dass das auch nicht so schnell kommen wird. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Monate hin. Und dass manche Dinge stärker inflationiert werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber manche Dinge wahrscheinlich auch nicht. Dass sich da wiederum so Parallelwelten auftun, bestätigen auch einige anderen Experten und Gurus. Das soll es gewesen sein für dieses kurze Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas Klein.